Goldman Sachs glaubt, dass diese Branche so groß sein wird, wie die für Elektroautos. Gestern hat Goldman Sachs einen 70-seitigen Bericht veröffentlicht über die Branche der humanoiden Robotik. Das Investitionspotenzial für menschenähnliche Roboter ist beträchtlich. Sie gehen davon aus, dass menschliche Roboter bis zum Jahr 2030 eine 150 Milliarden Dollar Industrie sein wird. Und das entspricht ungefähr der aktuellen Größe des globalen E-Automarktes. Wenn du dachtest, dass der Transportmarkt groß ist, dann wirf einen Blick auf den Markt für körperliche Arbeit. Die Vergütung für manuelle Arbeit macht ungefähr 50% des globalen Bruttoinlandsproduktes aus. Das sind 40 Billionen Dollar pro Jahr. Unsere gesamte Wirtschaft basiert auf Arbeit. Arbeit ist die treibende Kraft hinter den Preisen für Waren und Dienstleistungen. Sobald KI-Roboter in die Belegschaft eintreten, werden die Arbeitspreise gegen Null fallen. Zusätzlich zum Arbeitsmarkt gibt es eine Verbrauchernachfrage nach humanoiden Robotern im Haushalt. Denk an Putzen, Hausarbeit, Besorgungen machen. Hinzu kommt eine alternde Weltbevölkerung, die sich der Grenze von einer Milliarde nähert. Und diese Menschen brauchen Hilfe, um alt zu werden. Außerdem kann man sich vorstellen, dass über einen längeren Zeitraum Humanoide den Weltraum besiedeln werden. Goldman prognostiziert, dass humanoide Roboter das Potenzial haben, das nächste weitverbreitete Gerät nach Smartphones und Autos zu werden. Denn wir treten in eine Arbeitskrise ein. Der Arbeitskräftepool in diesem Jahrhundert wird stagnieren. Und die Lücke des Arbeitskräftemangels alleine in den USA könnte bis 2030 zu 48% bis 126% mit humanoiden Robotern gefüllt werden. Und in anderen Ländern sieht es ähnlich aus. Humanoide werden nicht auf einen 8-Stunden-Tag beschränkt sein. Sie können 20 Stunden pro Tag arbeiten, weil sie 4 Stunden brauchen, um ihre Batterien aufzuladen. Das heißt, sie sind zweieinhalbmal produktiver als ein menschlicher Arbeiter. Und damit haben Humanoide eine Amortisationszeit von ungefähr 2 Jahren. Humanoide werden ein breites Arbeitskräftepotenzial erschließen. 83 Millionen Arbeiter in der Fertigung, 448 Millionen Dienstleistungsbeschäftigte in OECD-Ländern. Zu Beginn wird der Fokus darauf liegen, die Lücke des Arbeitskräftemangels zu schließen. Das sind Jobs, die Menschen nicht machen wollen. Wir Menschen sind meiner Ansicht auf dieser Welt, um etwas zu erschaffen. Entreißt man uns diesen kreativen Prozess, werden wir unglücklich, depressiv, krank und gehen schließlich an unserem Nichtstun ein. Wir müssen wieder selbst für unser körperlich, geistiges und seelisches Wohlbefinden sorgen. Und das geht am besten, indem man selbstständig und unternehmerisch tätig ist, die volle Verantwortung für sein Leben übernimmt und damit seine Freiheit zurückgewinnt. Wenn ich es geschafft habe, meine kreative und aktive Seite wieder zu erwecken, dann kannst du es auch und damit finanziell frei werden. Willst du selbstständig werden, selbstbestimmt leben und mit deinen Ideen Geld verdienen, auf eine nachhaltige und menschenfreundliche Weise, dann folge mir gerne.